Last but not least sehen wir jetzt die Jungs von The Big Band Theory. Sie machen bereits seit 2013 in unterschiedlichen Konstellationen Musik und fingen als Schulband an. Mittlerweile touren sie durch das komplette Augsburger Umland und wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend hier einen Stopp eingelegt haben. Hier kommt The Big Band Theory. Musik 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab das Mikrofonidem nicht gesehen, warte ich das Sonnenbrille aufhab. Danke schön fürs Kommen heute. Wir sind der Big Ben Theory. Wir freuen uns wahnsinnig bei Campus Kunst mitzumachen. Und ich will gar nicht so viele Worte verlieren. Wer Bock hat kann ein bisschen mitschunkeln. Habt einfach Spaß mit uns. Danke schön. Musik 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 cool heute. Wir kommen leider zu unserem letzten Lied für heute. Wir hatten wahnsinnig Spaß. Wir sind der Big Bad Theory. Wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu hören, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und wir haben heute CDs da. Wer Bock hat für einen 10er, könnt ihr euch eine mitnehmen. Wer cool, der könnte uns unterstützen. Wir spielen dieses Jahr leider nicht mehr in Augsburg. Wer Bock hat, kann gerne im Oktober vorbeikommen. Da spielen wir mit Mono Busson, dem Bussonisten von Labrasbanda im Schloss Blumenthal in Eichach. Aber jetzt erstmal danke für alles. Es war sehr schön bei euch. Wir kommen gerne wieder. Ciao, ciao. Musik 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 Ein Bass, Pascal Pranker. Musik 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 Am Schlagzeug, große Krebs! Am Schlagzeug, große Krebs Am Schlagzeug, große Krebs! Am Schlagzeug, große Krebs! Am Schlagzeug, große Krebs! Am Schlagzeug, große Krebs! Aplausos 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 Aplausos